Du bist nicht allein. Irgendwo ist auch für dich eine Stelle. Neben der basalen alphabetischen Kompetenz, das heißt der Beherrschung grundlegender Lautbuchstabenzuordnung, umfasst die erweiterte alphabetische Kompetenz die mit wenigen Ausnahmen geltenden regelhaften phonologischen Prinzipien wie R, L, N am Wortende wie zum Beispiel Vater, Nagel oder Warten. Die R-Vokalisierung bei Wörtern wie zum Beispiel Birne und das Verschriften eines langen I als I, wobei es wenige Ausnahmen wichtiger Nomen für Kinder gibt wie Tiger, Igel, Rosine, sowie häufige Funktionswörter wie mir, dir oder wir. Diagnostische Leitfragen können sein, kennt das Kind die phonologischen Regelhaftigkeiten, zum Beispiel St, Sp, I, O, Q, das vokalisierte R, X, T, und setzt es diese beim Schreiben richtig um? Kennt das Kind die Auslautschreibungen R, N, L und setzt es diese beim Schreiben richtig um? Welche phonologischen Regelhaftigkeiten werden sicher, noch unsicher, beziehungsweise noch nicht umgesetzt? Silbische Kompetenz meint, dass jede Silbe über einen vokalischen Kern, zum Beispiel Vokal, Umlaut oder Doppellaut verfügt. Zweisilbiges Sprechen hilft beim richtigen Schreiben. Beim lautlichen Strukturieren zum Beispiel das lokalisierte R bei Turm, Türme oder das langgesprochene I bei Brief, Briefe. Beim Aufzeigen morphematischer Zusammenhänge, zum Beispiel Übt, Üben oder Hund, Hunde und beim Silbentrennen H, beispielsweise Steht, Stehen. Eine diagnostische Leitfrage könnte sein, kann das Kind die Verlängerungsstrategie anwenden? Unter den orthografischen Kompetenzen versteht man das Nutzen von Rechtschreibregeln, zum Beispiel die Konsonantenverdopplung. Nach kurzem betontem Vokal folgen zwei Konsonanten, zum Beispiel Luft. Bei nur einem Konsonanten wird dieser verdoppelt, zum Beispiel Sonne und Sonderschreibweisen, zum Beispiel K für gedoppeltes K oder Tz für gedoppeltes Tz. Die morphematische Kompetenz bedeutet der Umgang mit den Bauprinzipien von Wörtern. Ableitungen sind Umlautungen wie Eu und Eu oder Ä und E, zum Beispiel Haus, Häuser oder Bank, Bänke. Die Auslautverhärtung bei D und T, B und P oder G und K, zum Beispiel Hund, Hunde oder Berg, Berge. S und S oder S und Z und Z am Wortende. Gleichklingende Buchstaben bzw. Buchstabengruppen E und Ä, R und A, X und X, X und X, zum Beispiel Keks, Hexe oder Dachs. Weitere Ableitungen sind Vor- und Nachsilben bei Nomen, Verben und Adjektiven, zum Beispiel Ver-, Fehl-, Ung- und Heid. Unter morphematischer Kompetenz versteht man ebenfalls Zusammensetzungen, zum Beispiel mittels eines Tricks bei einem fachzelnen Wortbausteine, das heißt der Wortstamm, Vorsilben, Nachsilben oder Endungen durch verwandte Wörter oder die Wortfamilie zu ermitteln. Bei Beugungen kommt es zur Verbkonjugation und zur Deklination und Flexion von Substantiven und Adjektiven. Besonderheiten in der orthografischen Kompetenz, zum Beispiel S-Laute, Z und Z bei DAS, DAS fordert orthografische und grammatikalische Kompetenzen und die Unterscheidung zwischen stimmlos und stimmhaft, die Dehnung, das heißt das Dehnungs-H, Doppelvokale oder der lange I-Laut, Wörter mit I, zum Beispiel Mai oder T, beispielsweise Stadt, Wörter mit Z, Z, Z im Gegensatz zu Z oder Z, Wörter mit W im Gegensatz zu F und W und Fremdwörter mit C, Y, X, C, F und R. Diagnostische Leitfragen können sein, welche Vorläuferkompetenzen hat der Schüler oder die Schülerin bereits erworben? Kann das Kind zum Beispiel lange oder kurze, betonte oder unbetonte Vokale unterscheiden? Kann es Zusammenhänge zwischen dem Grundwort und verwandtem Wort herstellen? Welche Rechtschreibstrategien hat der Schüler oder die Schülerin bereits erworben, beziehungsweise welche werden gerade erworben? Kann das Kind vorgegebenes Wortmaterial auf Rechtschreibregelungen hin unterscheiden? Wortübergreifende Kompetenzen sind zum Beispiel die grammatische Kompetenz, das heißt die Großschreibung von Nomen, zunächst konkrete Nomen, späte abstrakte Nomen und Nominalisierung, sowie die Großschreibung am Satzbeginn. Dazu zählen außerdem die Interpunktion und die Satzbildung, das heißt elementare Endungen bzw. Vorsilben bei Nomen, Verben, Adjektiven, grammatischen Endungen, Silben, sowie Zusammen- und Getrennschreibung. Rechtschreibphänomene, für die man syntaktische Informationen benötigt, zum Beispiel die Unterscheidung von das und das. Diagnostische Leitfragen dafür können sein, achtet das Kind beim Schreiben von Nomen auf die Großschreibung, kann das Kind die Klein- und Großschreibung einhalten, kann das Kind am Satzanfang großschreiben, achtet das Kind beim Schreiben auf die Satzzeichen, kann das Kind grammatikalisch richtige Sätze bilden. Das Beherrschen von Arbeitstechniken bedeutet das richtige Ab- bzw. Aufschreiben, sinnvolles Üben mit Übungsstrategien, die Kenntnis von Wegen zur Erkundung von Rechtschreibregelungen, die Überarbeitung von Texten, der Einsatz des Wörterbuches und das automatisierte Verschriften von Häufigkeitswörtern. Diagnostische Leitfragen können sein, kann das Kind richtig ab- und aufschreiben, kann sich das Kind die zu schreibenden Wörter ganz oder in Teilen merken oder pickt es Buchstabe für Buchstabe heraus, beherrscht das Kind Wege zur Erkundung der Richtigschreibung, überprüft das Kind die geschriebenen Wörter auf Richtigkeit, kann das Kind Häufigkeitswörter richtig schreiben, falls ja, welche und wie viele und verfügt das Kind über eine angemessene Schreib- und Stifthaltung? Die Ermittlung der Rechtschreibleistung auf Einzelwortebene kann über die Verschriftung von ausgewählten Bildwörtern individuell an die Rechtschreibkompetenzen angepasst erfolgen. Wörter können auf Rechtschreibregelungen, das heißt auf orthografische und grammatikalische Strategien, untersucht werden. Die Ermittlung der Rechtschreibleistung auf Satzebene kann über die Verschriftung von Sätzen individuell an die Rechtschreibkompetenzen angepasst erfolgen, wodurch Sätze auf Rechtschreibregelungen untersucht werden. Wichtig ist die Strategieanwendung auch beim freien Verschriften, da es nicht ausreicht, Rechtschreibleistungen auf Einzelwortebene zu ermitteln. Es müssen immer auch freie Verschriftungen der Schülerinnen und Schüler mit hinzugezogen werden, um Aufschluss über den Grad der Automatisierung von Rechtschreibstrategien zu erhalten. Freie Verschriftungen ermöglichen Hinweise auf wort- und satzübergreifende grammatikalische Strategien. Freie Verschriftung Freie Verschriftung Freie Verschriftung